Nächste Haltestelle Erlenstegen Endhaltestelle Umsteigemöglichkeit zur Regionalbahn Nächste Haltestelle Plattnersberg Nächste Haltestelle Thumenberger Weg Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 45 Nächste Haltestelle Ostbahnhof Nächste Haltestelle Tafelhalle Nächste Haltestelle Tauroggenstraße Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 65 Nächste Haltestelle Deichslerstraße Nächste Haltestelle Stressemannplatz Nächste Haltestelle Rathenauplatz Umsteigemöglichkeit zur U2, U3 und zur Buslinie 36 Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Wörderwiese Nächste Haltestelle Marientor Nächste Haltestelle Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zur Regional-, Fern-, S- und U-Bahn zur Linie 5 und zu den Buslinien 43 und 44 Nächste Haltestelle Marientunnel Umsteigemöglichkeit zur Linie 5 Sie befinden sich in der Linie 8 in Richtung Dokuzentrum Nächste Haltestelle Schäuerlstraße Nächste Haltestelle Schweigerstraße Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 6 Nächste Haltestelle Wodanstraße Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 7 Sie befinden sich in der Linie 8 in Richtung Dokuzentrum Nächste Haltestelle Holzgartenstraße Nächste Haltestelle Platz der Opfer des Faschismus Nächste Haltestelle Meistersingerhalle Nächste Haltestelle Luitpoldhain Nächste Haltestelle Dokuzentrum Endhaltestelle Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 45 und 65 Dieser Zug fährt weiter als Linie 6 Richtung Westfriedhof